Hi, wir schießen jetzt nochmal mit der Call Tuning High Cabra auf die Zombiesau. Ihr seht das, hier ist schon ein Quillchen ins Gehirn raus, hier sind die Ohren schon abgeflattert und hier ist ein Auge. Das machen wir jetzt auf 35 Meter fertig. Wir gucken mal, wie wir da treffen. Aufs Alublech hat es ja wunderbar geklappt, auf 35 Meter. Ich muss erstmal jetzt zurücklaufen und dann gehe ich mal ein Stückchen weiter vor, 35 Meter, 20 Meter und so weiter. Gucken wir mal, was wir treffen. Jetzt erstmal auf 35 Meter, die Zombiesau. Bis gleich. Sprecher, Sprecher, Sprecher. Wir machen das nicht mehr. So, wir machen das nicht mehr. Wir machen das hier. Jetzt gehen wir ein bisschen vor, 20 Meter. 15 Meter. 10 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 Meter. 11 Meter. 11 Meter. 11 Meter. hat der Zombiesau gegeben. Wir haben hier alles rausgeballert, wie es nun geht. Magazin ist Kult, aber der Hammer. Geht gleich weiter. Klappe die zweite Zombiesau. So, Klappe die zweite. Die Zombiesau, die zweite, geht gleich weiter. Bis gleich. So Leute, hier bin ich noch mal. Jetzt schießen wir noch mal 50 Schuss mit den Long-Magazin. Das macht echt Spaß. Ich werde mir noch mal so ein Ding kaufen, so ein Long-Magazin auf jeden Fall, weil es echt Spaß macht. Nochmal auf die Zombiesau und dann sind wir auch durch mit der Rasse. Ich gehe mal nach hinten. Wieder auf 7 Meter. Bei Zombies fehlt man ja auf 7 Meter und deswegen auf 7 Meter. wir haben gesehen, schön die Zombiesau gekillt. Wir machen diese noch mal eine Ladung. Weil es ja so einen Spaß macht, eine Ladung noch mal. So noch mal die Zombiesau bei 50 Schuss ist das letzte Magazin aus dem Dach. Man sieht, die Zombiesau wurde richtig gekillt. Hier ist alles weggeflattert. Hier könnt ihr die Waffe durchstecken. So, da seht ihr es. Zombiesau richtig gekillt. Total fertig gemacht. Gut, das war es. Sehr coole Waffe. Macht sehr viel Spaß. Bis denn. Leute. Untertitelung des ZDF, 2020